Herzlich Willkommen bei Glaubenskompass. Nachdem wir uns in der letzten Sendung mit dem heiligen Franziskus beschäftigt haben, geht es heute um eine Frau, die in ganz enger Beziehung zu ihm stand und selbst zu einer großen Heiligen der Kirche geworden ist. Die heilige Chiara, oder auf Deutsch Clara von Assisi. Und viel Wissenswertes über sie vermittelt uns heute wieder der Franziskanerpater Robert Jauch. Pater Robert, wir haben in der letzten Sendung über den heiligen Franz gesprochen. Wir haben erfahren, dass er aus einem gut betuchten Haus stammte, bis er sich dann bekehrte und ein Leben in Armut führte. Ich glaube, bei der heiligen Chiara war das Ganze irgendwie noch extremer. Sie war eine Adlige. Sie gehörte dem Stadtadel an von Assisi und hatte alles, was man braucht, um gut verheiratet werden zu können und eine gute Karriere zu machen und ein Leben in Zufriedenheit und Wohlstand zu führen. Richtig. Das hatte sie. Aber trotzdem war der Ruf dieses Giovanni Bernadone, dieses Francesco, natürlich an ihr Ohr gedrungen und hatte Spuren in ihrem Herzen hinterlassen. Was war denn das Ausschlaggebende, dass sie diesem Leben entsagte? War das nur diese Umgebung des heiligen Franz? Oder was war da in ihr? Man sagt von Umbrien und Assisi, das sei auch franziskanische Landschaft und Luft und Natur. Das glaube ich so im Moment nicht. Das war nicht das Ausschlaggebende. Das war die Faszination eines offenbar geglückten Lebens oder glückenden Lebens, die sich auf sie überschlug, die sich auf sie übertrug. Sie hatte von ihm gehört und hatte, anders kann man Berufung und Geisteswirken in unserem Leben nicht erklären, hatte Spuren in ihr hinterlassen. Und sie fing an, sich dafür zu interessieren, sich danach zu erkundigen, so stelle ich mir das vor. Lag denn dieses Armutsideal, was die beiden gelebt haben, gewissermaßen in dieser Luft von Umbrien, wie Sie gerade sagten? Das weiß ich nicht. Aber es war offensichtlich an der Zeit, dass der arme Christus, Christus in der Armut und Anspruchslosigkeit, dass der auch innerkirchlich neu entdeckt werden durfte. Und Entdeckung dieses armen Christus heißt ihn auch lieben. Und Liebe bewirkt, dass ich dieses Leben teilen will. Also die heilige Clara hat dann ihre Familie verlassen, hat ähnlich wie der heilige Franz dann abgeschieden gelebt, hat aber auch Frauen an sich gezogen, die mit ihr lebten. War das eigentlich in jener Zeit etwas Neues, etwas Besonderes? Also es gab ja schon Klöster, so ist das nicht. Aber dieses Leben, das sie gewählt hat und für das sie sich dann auch ihr Leben lang eingesetzt hat, war schon ein besonderes Leben. Es war nicht das Leben in einer gesicherten Abtei, umgeben mit hohen Mauern. Ich will das nicht ironisieren, aber das war das damals. Und sie wollte etwas anderes. Sie wollte arm leben wie Christus. Und in dieser Armut, in dieser Schlichtheit und Einfachheit in ihrem Leben nur Platz haben für Christus und für keine materiellen Dinge. Und da war sie eine sehr starke Frau. Sie hat sich ja gegen den Widerstand der Familienpolitik sozusagen davon gemacht und hat sehr bewusst für diesen Weg gekämpft. Der immer von Anfang an angebunden war an das Vorbild, an das Lebensbeispiel des Francesco von Assisi. Klara hat dann im Jahr 1216 im Alter von nur 22 Jahren eine eigene Ordensregel für diese Frauengemeinschaft verfasst. Was war das Besondere daran? Ja, die Geschichte der Ordensregel der Klarissen ist eine sehr verworrene Geschichte. Das Besondere für Klara und für die, die ihr da gefolgt sind, war, sie wollte das Privileg der vollkommenen Armut. Die Prelaten der Kirche, die Bischöfe, Kardinäle und der Papst selbst konnten sich nicht vorstellen, dass Frauen ohne Unterstützung, ohne finanzielle Absicherung, ohne wirtschaftliche Sicherheit leben konnten. Aber sie wollte das. Sie wollte, wenn sie was brauchte, wollte sie betteln. Das ist bei den Klarissen bis heute so. Manche Klarissenklöster haben noch die Hungerglocke. Wenn die Leute in der Umgebung eines solchen Klosters die Hungerglocke hörten und hören, dann wissen sie, die Schwestern brauchen was zu essen und wir bringen es ihnen. Das wollte sie. Und zwar nicht aus irgendeiner romantischen Idee heraus, sondern das war ihr wichtig. Sie deuten Schwierigkeiten an bei der Durchsetzung dieser Regel. Wie hat denn Rom auf diese Ordensregel reagiert? Die haben eigene Ordensregeln geschrieben, soweit ich mich kundig machen konnte. Haben versucht, die diesen neuen Schwestern, den minderen Schwestern, den kleinen Schwestern, den armen Schwestern von Assisi aufzuoktroyieren. Alle möglichen Unternehmungen hat es gegeben, um die Schwestern doch wieder dahin zu bringen, dass sie sich wenigstens ein bisschen helfen lassen und absichern lassen. Aber Klara wollte das nicht. Also sie hat das dann letztendlich auch durchgesetzt, was ja für eine Frau zu der damaligen Zeit sicherlich nicht leicht war. Was war sie denn für ein Mensch? Was weiß man über ihren Charakter? Also erstmal weiß man, dass sie sehr attraktiv gewesen sein muss. Sie wäre wirklich, auch von der Herkunft, eine gute Partie Assisi gewesen. Sie war offenbar sehr stark in Verbindung mit einer liebevollen Mütterlichkeit. Die Heiligsprechungsunterlagen sind voll von Zeugnissen der Zeitzeugen und da wird immer wieder bestätigt, sie ist bei aller Klarheit, mit der sie ihre Gemeinschaft geleitet hat, als Äbtissin, als Mutter, ist sie immer auch sehr liebevoll, zugewandt, achtsam, wertschätzend ihren Schwestern gegenüber gewesen. Das eine konnte sie mit dem anderen verbinden. Ihre Liebe zu Christus hat ihr die Kraft gegeben, auf dieses Privileg der Armut, der Herrinarmut, Wert zu legen. Also sie war weit mehr als ein Anhängsel des Franziskus, wie manche behaupten. Gab es da auch so eine Art Wechselwirkung zwischen diesen beiden großen Gestalten? Naja, Sie sagen Anhängsel der blühenden Fantasie sind keine Grenzen.